Die Schnellstraße E40, wenige Kilometer westlich von Kiew. Eine ukrainische Überwachungsdrohne filmt eine Tankstelle. Direkt daneben eine russische Panzerstellung. Es ist der 7. März 2022 gegen 14 Uhr. Einige private Autos sind unterwegs Richtung Innenstadt. Die ersten Fahrer bemerken offenbar die Panzer. Dann geschieht Schreckliches. Eine Zivilperson steigt aus dem Auto mit erhobenen Händen. Und wird erschossen. Die Täter offenbar russische Soldaten. Zu erkennen sind sie an ihren weißen Bändern, an der Uniform. Zanosa ist Freiwilliger in der ukrainischen Armee und schildert, was er mit seiner Drohne aufgenommen hat. Der Fahrer stieg aus dem Auto aus, hob die Hände hoch und wurde einfach erschossen von russischen Soldaten.